wieder entdeckung wieder entdeckung wieder entdeckung oh von den leuten wieder das geht nicht jetzt wird es gleich eng ich würde mich treffen und mir eigentlich vorbei sausen sie hier durchgehen nicht gut leicht sollte ich hier weg das müssen jetzt sind er stirbt sollten wir erst mal schauen wo wir überhaupt hin müssen vielleicht mal in der deckung vielen dank so schlauer kran wie soll er jetzt noch hochkommt die 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 Oh, oh, ich glaub, dass es mir schlecht geht. Oh, ne, es hat geklappt. Oh, aber gerade mal im letzten Moment. Jetzt ist endlich mal Ruhe hier. Ruhe im Kuhstall, im D-06. So. Aber wollen wir doch da mal nachschauen. Was hier hier so schönes Ergeben hat für uns. Ist der jetzt echt so kalt da reingerauscht. Oh, schon schon geil aus. Schaut, dass man sich nicht bewegen kann. In der Kamera. Nicht mit mir. So. Okay. So hat man ganz über das Leben geht. Ja, auch da war. Aber okay. Gut, also das abgestellt hat, bevor ich ihn umgebracht habe. Umgebracht habe. Fertig jetzt kein Bock, wenn da die Kälte, diese Ehe. Gehen wir wieder. Nicht mehr für den Muni, aber dürfte er reichen. Der Rest geht von euch. Noch einmal kurz wieder nach. Oh, wir kommen dann daher. ich bin auch noch nie gar nicht gut, gar nicht gut, nur noch 12 Schuss und das ist ein bisschen im Magazin ok, dann müssen wir uns wohl mal kurz ein bisschen Mini holen verdammte Drecksau nach zwei Schuss ok, jetzt haben wir ein bisschen mehr Mini dann werden wir mal kurz hier nachladen und dann die Mini da raushauen so kommst du ja ganz schön genügend da muss ich sagen dass ich mich nicht so pralle finde kommst du da oben erst nicht mehr Männer um einen Mann zu fliegen schämt ihr euch denn gar nicht so so da kann man es nicht so viel die Mini nehmen wir mal das da ein bisschen Mini so da ist ja noch einer ok, das sollte es erstmal gewesen sein hier und Kontrollpunkt haben wir auch erreicht und hier ist wieder so ein ganz nerviges Geräusch gut, wir scheinen wieder ein bisschen mess zu sein diesmal hat sogar fast ein ganzes Magazin gereicht so ich würde nicht überarbeiten wollen ich würde nicht überarbeiten wollen müssen wir da auch nein, aber da liegt was das können wir mal kurz scannen so so macht man das auch wenn jetzt auf einmal die Pistole in der Hand hat so, nächstes Kapitelteil kann beginnen ich glaube wir sind jetzt auch schon ziemlich am Ende die die müssen auch für ihren Ego sterbendes erwarten wow, ein paar Hunde können schon noch werden da geben sie sich ohne die Ende wie Verlin die Poveron wie alle anderen unrufliche Opfer der Koloneral-Schalen ihres kritikierten Antionismus wisst du an was mich das erinnert? genau so ist eine Szene in Dead Space nur wesentlich besser nur wesentlich besser oder was der Space? Modern Warfare 2 ist auch so eine Szene oder meine ich die Modern Warfare 2? das ist gar nicht mehr ok, das geht nicht das glaube ich haben sie mich gehört kann ich mich vielleicht hier mal in Deckung stellen ne, kann ich nicht komm her ok, da vorne ist einer und da oben ist einer der schaut immer her besser gesagt immer zurück ok ach, da kommen jetzt noch einiges das ist eine lustige Sache noch nicht zu aber mit Schaufschützen so glaube ich naja, hat aber auch nicht nein naja, hat aber auch nicht gut, wo kommst du hier nein nein du bist du bist so ein du bist du bist weiter geht's aus von oben wieder das ist schneller komm 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 so okay der wäre weg er wäre weg die wären weg mach mal kurz na komm so ist es schon besser ein bisschen ruhiger ich bin der 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 so ziemlich geiler Ort muss ich sagen würde ich auch gerne mal hin allerdings nicht unbedingt mit den ganzen Leuten hier jetzt wollen wir wieder unser Handy rauspacken darum haben wir irgendwas zu betätigen das war ja mal wirklich nicht so tätigen wir erst mal das dann werden wir wahrscheinlich wieder die Brücke bekommen und hier ist ein schönes Scharfschützengewehr das nehmen wir uns natürlich erst mal wir kommen gleich noch mal zielen die Börse ist größer machen das Ding dauert und die Brücke bis hier unten ist das ist der Wahnsinn das und es ist die wie kann man denn das ab auf z das soll doch so sein das 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 soll doch das 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 was so die Verkunft von Kumpfern oder oben gegen Naja mit zum Laser bis dann noch zu leicht das wird eine um und wegschossen für mich so rechtvoll Leidmann Kostmeinen und wir kommen daher so das haben wir dann neun ich glaube der steht dann hinter irgendeiner Abdeckung wir haben jetzt nichts mehr als Reserve für Schaufschützen gewohnt das ist dann möglichst bald mal den Schaufschützen ausschalten und dann mal weitergehen das was ist das schon mal wesentlich wesentlich besser hat muss doch mal wieder hier weg es wird wir springen darüber und dahin geht's die Partys noch kommen die können auch so kämpfen wenn ich mal Bruder hat mich zufrieden vor dem Sonntag alle gleich ja in der Gasflasche nichts leichter ist das in der Kampffahrer als doch noch relativ gut so müssen wir den jetzt die davor nicht in Wien für das dass das Ding neu gebaut werden soll schon ziemlich alt aus also heiligert wo kommt die Stimme her und wen hat sie bei denen m die Wut-de-fuß! Wut-de-fuß! Ja, die noch nie. Als Kürze!